ARD Text im Auftrag von Funk 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 Nice car. hey, lass uns doch nicht mehr, ja? komm her komm her komm her komm her komm her komm her Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! 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 All right, let's go! Hey! 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 Fuck, Alter! Fuck, Junge, weg, der kommt sich! Fuck! Fuck, Alter! Fuck! Fuck, Alter! Fuck, Alter! Fuck, Alter! Hey, kommt der! Nein! Ja, Mann, Alter! Ey, das müssen wir den Zwirny erzählen, Alter! Ey, wir haben das noch gefehlt, können wir den noch geben! Ist die an? Ja, Mann! Geil! Scheiß Förster, Alter! Oh, Alter! Zeig mal ruhig! Alter, meine Eier, ich hab sie so hart auf den Sattel gehauen! Oh, fuck, Alter! Okay! Ja, wollen wir wieder zurück? Ey, chill nicht da rum! Lass hier so durch den Sumpf und da hoch, oder? Ey, der kommt, der kommt, der kommt! Der kommt, der kommt, der kommt! Alter, der kommt! Der kommt, der kommt! Oh, shit! Aua! F*** Dich Alter! Komm mal aus, vielleicht würde ich was sagen. Verpiss Dich! Hier ist voll sumpf, wir müssen gucken, wo wir abhauen. Ey, hier hoch und dann nach links. Der hat sich festgefahren! Oh shit, Alter. Ey, lass abhauen, wenn er sich festgefahren hat. Dann können wir ein bisschen Weg zurück. Hat der keinen Eimer, oder? Hat der kein Allrad? Ja, mal schon. Denkst Du, der kommt hier runter? Ich muss mal vorbereiten, Alter. Sollen wir mal hochfahren? Zu dem? Ja. Ne. Alter, der ist uns gerade 5 Kilometer hinterher gefahren. Der hat mich fast umgefahren am Anfang. Oh shit. Ey, ist meine Kamera sauber? Ja, meine auch. Ja, sauber. Da ist der auf dem ... Scheiße. Da ist er mal hier bis eingepunkten. Ey, wie sieht man hier? Wie sieht das aus? Wie übel, Alter. Oh shit. Da oben, der kommt nicht mehr. Ich glaub, der hat sich festgefahren. Dann können wir wegfahren gleich. Ey, mein Rücken ist bestimmt auch dreckig, oder? Bisschen, ja. Mein Gesicht? Ey, wollen wir uns verstecken oder so? Lass mal da in den Busch reingehen. Schau dir kurz, Alter. Lass die Mappe in die Ecke schieben. Ey, warte, schau dir mal. Der kommt, lass uns verstecken, Alter. Alter, das ist der Mohr. Shit. Alter. Ey, versteck's hier. Lass mal hingehen hier mit Matsch bewerfen oder so. Ey, versteck dich, komm mal her. Chill. Fuck. Ist meine Cam noch da? Ja. Da hinten. Alter. Alter. Scheiße. Alter. Fuck. Was ist das jetzt hier? Was ist das hier? Ja, komm. Da ist es mal ganz schön. Als es ist... Ihr kommt. Warte. Das geht dann. I muss auch. Skyrimmage. Und das kommt. Ich soll es. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ey, es kann nicht sein. Oh, ich sollte hier hin! Fuck! Fuck, fahr weiter, Junge! Fuck, Junge! Wo komm ich da runter? Hä? Einfach drüber, komm, komm! Alter! Fuck! Stopp! Du bist da hingesunken! Aber richtig! Verpiss uns, komm! Meine ganzen Beine sind voll! Der kommt, Junge! Nein! Hau ab, hau ab, ich nehm alles auf mich! Hau ab! Hau ab! Ey, krass! Ey! Fahr mal! Ey, Dicke! Uhhhh! Fack! Fack, Alter! Fack! Kann ich das nicht kriegen, Alter! Fack! Was? Alter Opa Ich hab kein Nummernschild dran, musst du gar nicht aufschreiben Alter Opa, kommst nicht mal hier hoch Verpiss dich, Alter Alter, das ist Hunde Alter, komm Alter, ich muss doch dich verlassen Der kommt, der kommt Der kommt, der kommt, der kommt, oder? Vielen Dank.